komm schon her komm 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 ach da oben ist da ich sehen da ist auch noch ein stück holz da sind jetzt linken da haben wir doch schon ein mal sehen ob alle bäume wachsen bin ich ganz sicher bin ich vielleicht auch teilweise zu dicht stehen aber aber bei den kleinen könnte sein oder was kommen wir sind noch keine ahnung knapp zehn blätter 2468 9 siehst gar nicht schlecht geschätzt 8 blätter 7 da oben auf dem ding da ist noch ein setzling kommt schon macht das blatt weg nein ich den neuen baum wachsen macht das blatt weg ach siehst du deshalb wollte ich noch nicht pflanzen nach weg mach weg komm schon ich will jetzt in der zeit nicht die anderen umfällen nachkommen mache ich doch mal mache ich mal muss ich zwar auch ein bisschen springen dann aber so aber trotzdem geht das doch schon fixer so das blatt ist schon mal weg nice auf dem jetzt nicht das wäre holz naja das holz drauf kein setzling jetzt die preisfrage wie wir daraus kriegen oder ob es doch eine dumme idee war aber wenn nicht ich denke schon dass ich hier mindestens einen rauskrieg würde dann habe ich wenigstens das gleich wieder drin ist ja dann schon mal schon vier blätter dann noch nur noch vier stück kriegst weg los du du machen tun zwei auf einmal weg nice hier sollen wir das heute so drücken und durch das stück mit dem holz ist noch um das ist auch wieder sehr gespannt einfach nur zu suchen wie die blätter verschwinden aber ich will jetzt auch mal wissen ob ich da jetzt eigentlich müsste ich doch also ich hoffe ich krieg da wenigstens zwei setzlinge raus ich kann auch wirklich gar nicht dran irgendwie zu zerkloppen los jetzt gibt das her da mach kein wunder dass ich so unproduktiv bin unter den jetzt das stück holz verschwunden in knapp 900 folgen jetzt noch nicht so viel gebaut habe aber egal ich mache immer auch mal so im quatsch hier kommen das kann doch nicht sein dass jetzt da kein setzling rauskrieg haben wir euch am bischen sauer recht dann da kommen jetzt die beiden auch noch weg da kann auch ein setzling rauskommen und da kommen jetzt noch 30 raus keine ahnung aber komm schon kannst du jetzt nicht hier einfach kein setzling geben das geht doch nicht junge nein du sollst dich den nächsten baum wachsen lassen soll es mir den setzling geben nein der server hört mir echt nicht zu aber sind jetzt alle von den jungen beim auch so groß wie dann warum könnte ich einfach noch nur halb so groß sein da täte mich mehr gefallen tun dann los da noch dran so kommt gleich aber die blätter sind immer noch da wo es rote punkte ach da sind die blühen ich eingepackt habe aha also ich gebe es gleich auf hier nicht ich war noch nicht was die das kümmern sollte die ein blatt nur noch ein blatt dann gehe ich jetzt erst mal ein bisschen enttäuschend dass ich jetzt kein setzling rausgekriegt habe aber ist noch einer nein aber ich denke das wird sich auch trotzdem irgendwie relativieren ich hoffe es natürlich einfach nur damit ich nicht das falsche getan habe ich kann jetzt auch gleich mal hier wenn ich mal übernommen habe nicht so viel platz im inventar aber demnächst noch mal gucken oder gleich mal machen ich will jetzt erstmal weg machen genau erstmal würde ich den weg hin basteln ein wegelein würde ich mal sagen ob er jetzt das ganze holz hin bitte ich habe auch gar keinen platz für und muss wohl leider ja auch wieder die kiste für das andere holz erhalten ich habe sollte echt für jede holz sorte und doppelkiste machen also zwei doppelkisten hatte ich ja an beim anderen lager auch aber hier habe ich nicht gemacht weil gut dass sie nicht genug platz hat bisher eine lüge sondern eher dass ich keine lust hatte so viel zu laufen ich einfach nur kieskiste da oben nehmen wir erstmal kommen die mal das wird so vielleicht doch nicht gesammelt also so viel ist letztendlich nicht so meine für den weg wird es vielleicht reichen aber viel ist es nicht nein 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 ich brauche noch ein paar kubelstunde schlaps da haben wir ein paar so und dann mal gucken so warte mal den weg hier der muss ja den machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weg ach ja stimmt die super schaufel wieder ne ich wusste doch irgendwas war geil mit der schaufel ich habe schon voll den plan so voll den super plan habe ich bestimmt ich auch wirklich nur sand im eingang gelassen das wurde mich gerade da muss ich noch mal kurz nachgucken ob da nicht was erklären muss oder so ich wirklich sand gelassen so wie es aussah dann mache ich doch wieder sand hinten so so einfach ist die geschichte ja du darfst gleich fressen aber erstmal hier soll jetzt das zu fressen so da dann nein kommt schon jetzt habe ich die spitze ist das nicht dass die richtige kommen dann machen wir doch lieber mal wohl ich habe jetzt angst dass ich jetzt flinte rauskriege also lasse ich das so so nein das war jetzt aber doch einer zu viel einer zu viel war das ja nein das war jetzt weiß ich denke schon war zu viel macht zu normal genau den gleichen fehler so hier mache ich aber gleich schon mal runter wie auch gut ankommen ich war schon damals mal zugeschüttet durchaus nein möglich durchaus möglich falsch schon wieder so schon richtig höhe oder ja das würde ich doch mal sagen dann nehmen wir jetzt nämlich gleich so hier als kombination um den weg dann noch ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen also ich kann es euch gleich erklären weil der werden wir dann der muss ja noch auf so irgendwie auf die höhe oder so hier einfach diesen weg dann als verbindungsstück und dann müssen wir nicht irgendwie komische so komische kurve jetzt auch falsch aber machen einfach eben so zack 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 jawoll so dann gucken wir mal auf der linie der linie der mama hier und dann hier warte 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 so oh nein jetzt habe ich angst hat ekelfleisch einzusammeln ich mag doch kein gammelfleisch ach man so aber egal dann kann ich noch mal wegwerfen dann kann ich kann ich artgerecht entsorgen klingt ja falsch weil es ist naja weiß ich habe wieder arzt würde ich das jetzt endlich nennen aber es lebt ja nicht also naja es hat gammelfleisch könnte schon auch irgendwo leben aber nein eigentlich ja nicht auch hier ist noch mehr aber das denn hier nur los wieder genau noch nicht so das heißt hier irgendwo muss dann der weg auch ein bisschen nach unten gehen so und dann sieht das gleiche wieder alles ein bisschen mehr verbunden aus nochmal so zwei drei meterchen pack mal die treppen dahin würde ich sagen so und dann jetzt hier noch mal schnell quer durch und jetzt gleich nur noch alles ausfüllen und dann haben wir es ich bin jetzt tatsächlich gar nicht so sicher ob der clay reicht ich denke zwar schon nach der stelle kies ich denke jetzt ja der kies reicht das ist natürlich dann ganz gut wenn man gucken kann wie viel erde man abgebaut hat dann weißt du wie viel brauchst aber aber dennoch so ich weiß nicht irgendwie bin ich mit der treppe noch nicht ganz so viel da muss irgendwie noch ein geländer dran finde ich also noch ein bisschen mehr so ne aber gut später hier laternen muss ich auch noch irgendwo hin machen denke ich mir mal weiß ich aber auch noch nicht ganz genau wie ich die mache obwohl ich hab vielleicht just in diesem moment eine obwohl ich bin noch nicht ganz sicher aber ich habe schon mal so eine kleine idee wie ich das vielleicht machen könnte da müsste ich gleich mal was ausprobieren obwohl ihr das ich glaube das klappt dann doch nicht so wie ich mir das vorstelle das wäre dann wahrscheinlich zu schön um wahr zu sein hoch okay kein flint rausgekriegt meine wer jetzt sind ja nicht so schlimm gewesen weil sie sieht man ja hat ja gereicht aber naja schon aus prinzip aber ich glaube ich probiere gleich mal das mit den laternen aus was mir so just in diesem moment in den kopf geschossen ist wo ich bin noch nicht ganz sicher so da fehlt noch fehlt noch ein stück der idee genommen in den oben oder noch was eigentlich will doch nicht hier die halben pfeile mitnehmen so nein quatsch kies hatte ich da eingepackt genau die erde packe ich auch erst mal wirklich abgeredt irgendwie nicht so lust da oben aufzuschütten muss ich ehrlich sagen hatte erst überlegt ob ich es tue aber dann habe ich mir gedacht meine ich so wann jetzt noch knickhauten dann dann hinten da hinten drin war oder ich weiß nicht ob ich da auch schon bin ich alle mitgenommen könnte natürlich auch sein ich habe schon alle mitgenommen okay dann gehe ich mal kurz wieder ernten ich denke mal dass da oben jetzt alles gewachsen sein sollte ich kann natürlich kurz noch mal nachgucken tue ich auch noch aber ja türe auf hilfe so ach ja die holzbalken habe ich gerade verwirrt aber ich weiß ja warum ich die haben muss sagen kurz hier rein ja denn hier gut aussehen sind ja alle gut gewachsen geht euch gut geht ja so aus bei den anderen auch einigermaßen ja karon sehen auch gut gewachsen aus also können wir aber ernten würde ich mal sagen jetzt muss erstmal wieder runter hier wie man sieht manchmal muss man auch erst nach oben runter zu kommen und so ne also es ist nicht immer ein direkter gerader weg bis zum ziel wieder schöne lebensweisheiten von mir so da würde ich ja sagen ich glaube erst mal die ganzen monster weg die da so im zweifel sind damit die ich mein es war die ganze zeit offen ernsthaft ernsthaft nicht mann 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 auch schon so ein paar zombies ich will ich jetzt sie also die level brauche ich ja gerade nicht so unbedingt aber wenn jetzt schon mal ist ne wenn ihr weißt jetzt wollen die alle gerade hier runter kommen wo ich eigentlich gerade gar nichts hier tun will außer ernten dann ernte ich mal so ich gehe auch davon aus dass alle items also ein paar jetzt sind doch oben am rand liegen bleiben oder so aber das möchte ich auch egal so ich will das erst einsortieren lassen so ich mache ich platt so immer oben ist genug nein ich will auch den kack knochen nicht so einfach dass man platz in der kiste so jetzt nicht mehr mann toll weißt du da hast du ja schon vier trichter und dann reicht es trotzdem nicht oder wat naja was soll's jetzt durchgelaufen wird es wahrscheinlich sind dauer und nehmen wir mal zwei kies wo sind die dann schon wieder her sie auch nicht so siehst du liegen nicht mal wirklich items oben rum also können wir ja auch wieder ein quatsch hier wieder zu machen erstmal und dann nehmen wir uns erstmal karetchen mit der wischen obwohl ich muss euch alles mit dem welchen alles nach pflanzen muss ach komm was soll es hier so dauert mir zu lange aber ich nehme jetzt erstmal nur die karotten raus verfüllen so stirbt kartoffeln ein natürlich nicht nein nein auch nicht in den knochen der knochen da haben wir rein